Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotraining heute zum Thema Windows 8 und die Funktion der sicheren PCs bzw. die Möglichkeiten, Einstellungen und Dateien zu teilen zwischen verschiedenen Windows 8 Geräten. Mein Name ist Norbert Schumann von psdtutorials.de und ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr Windows 8 so einstellt, dass ihr diesen PC auch tatsächlich verwenden könnt. Und zwar so, dass wir zum Beispiel zwei Geräte betreiben können und diese beiden Geräte sich im Grunde nachher gleichen werden. Was ist damit gemeint? Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier zum Beispiel so einen Desktop-PC, wie wir ihn jetzt hier vielleicht auch vorfinden, also mein Aufnahmegerät beispielsweise. Und ich habe unter Umständen vielleicht auch ein Notebook, das ebenfalls mit Windows 8 ausgestattet wird oder schon ausgestattet ist. Und dann kann ich dafür sorgen, dass die Einstellungen, die ich hier vornehme, also auch zum Beispiel die Karren, die Dokumente, all das, was man hier normalerweise auf diesem PC so vornimmt, auch abgeglichen werden zwischen diesen beiden Geräten. Also eine Art Synchronisation stattfindet und das kann ich erreichen, indem ich diesen PC hier zunächst einmal als vertrauenswürdig einstufe. Das kann ich tun über die Taste Windows und I. Wenn ich die beiden drücke, komme ich in diese Einstellungen rein, in diesen Einstellungsdialog und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. A, könnte ich hier zum Beispiel auch die Karren noch einstellen. Ich kann Hilfe aufrufen, ich kann die Startseite anschauen, wenn ich das möchte, aber ich möchte gern in die PC-Einstellungen rein. Wenn ich in den PC-Einstellungen drin bin, gehe ich zunächst einmal auf Benutzer und dort befindet sich dann, wenn man also diesen Computer hier komplett neu einrichtet, auch noch ein Eintrag, diesen PC als vertrauenswürdig einstufen. Das steht jetzt hier nicht drin, weil ich ja bereits mit einem angemeldeten Konto hier unterwegs bin. Dieser PC ist bereits als vertrauenswürdig eingestuft, aber normalerweise, wenn man das hier das erste Mal aufruft, wird also hier unter den Benutzerangaben noch ein weiterer Link erscheinen. Dort steht dann drin im Grunde diesen PC als vertrauenswürdig einstufen und dann kann ich da draufklicken. Wenn ich das tue, gelange ich zu einer weiteren Seite. Dann gehen wir mal hier hinten links hin zum Beispiel, wir sind jetzt hier in diesem Bereich drin und kommen dann praktisch in den Internet Explorer Einstellungen rein zum Beispiel. Gehen wir mal rauf und dann sehen wir hier so eine Anmeldeseite. Das ist also meine Kontenanmeldeseite. Das ist die Online-Version zu meinem Konto, das ich hier lokal auf diesem PC installiert habe. Und dieses Konto befindet sich bei Microsoft auf dem Server, also das ist ein Microsoft-Konto. So, und jetzt gebe ich hier mein Passwort ein, um auf diese Einstellungen zugreifen zu können. Das tue ich jetzt hier, melde mich also jetzt auch entsprechend an und dann bin ich praktisch auch schon drin in diesen Einstellungen. Und jetzt gibt es hier eine Art Übersicht und in der Übersicht gehe ich jetzt mal rein. Dann habe ich verschiedene Benachrichtigungen, Berechtigungen, all das, was ich hier letzten Endes auch anschauen möchte. Und wir sehen jetzt hier Gestalter-PC, das ist also mein PC sozusagen, der ist jetzt hier bereits freigegeben worden. Da steht also vertrauenswürdige PCs sozusagen und die können wir auch bearbeiten. Sicherheitsinfos bearbeiten, da gehen wir mal rein. Da haben wir hier den vertrauenswürdigen PC und den kann ich jetzt entweder löschen oder zumindest mal bestätigen an der Stelle. Das ist also ganz wichtig, dass wenn man sich dann angemeldet hat, dass man das hier tatsächlich auch so angibt. Hier kann ich wie gesagt den PC als vertrauenswürdig einstufen bzw. auch löschen. Die Hinweise sozusagen, die man erhält, sind im Grunde per E-Mail. Das heißt, wenn ich jetzt also eine Einstellung hier ändere, den PC als vertrauenswürdig einstufe, dann muss ich das Ganze bestätigen und ich erhalte eine Sicherheitsabfrage per E-Mail beispielsweise. Und diese Sicherheitsabfrage kann ich dann letzten Endes in der E-Mail auch tatsächlich beantworten. Das ist also eine relativ einfache Geschichte. Wir gehen wieder zurück zu den Einstellungen, also Windows-i, PC-Einstellungen und wollen jetzt mal schauen, welche Einstellungen wir letzten Endes zwischen diesen beiden PCs, wenn ich also diesen PC ja freigegeben habe und zum Beispiel einem anderen Windows-8-PC auch freigegeben habe unter meinem selben Konto beispielsweise, dann sind diese beiden PCs ja jetzt registriert. Und jetzt kann ich festlegen im nächsten Schritt, welche Einstellungen möchte ich denn synchronisieren. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Haken. Schauen wir uns die mal an und gehen da mal stückchenweise durch. Also Einstellungen für diesen PC synchronisieren. Das ist also hier zunächst einmal die erste Einstellung, die wir vornehmen können. Das bedeutet also, die PC-Einstellungen, die wir jetzt hier auch synchronisieren möchten, werden genauso gut als auch auf dem anderen PC nachher übertragen. Jetzt können wir darüber hinaus auch das Erscheinungsbild beispielsweise auf beiden PCs angleichen. Also zum Beispiel hier die Farben, der Hintergrund, der Sperrbildschirm und das Profilbild. All das könnte jetzt auch synchronisiert werden mit diesem Zweitgerät. Das bedeutet also, beide Geräte der Desktop als eben auch das Notebook haben das gleiche Erscheinungsbild. Darum geht es ja auch. Dasselbe Nutzererlebnis, so heißt es mal so schön, soll geschaffen werden durch diese Angleichmöglichkeit. Das heißt also, sobald ich hier auf dem ersten PC eine Änderung vornehme, wird dies auf dem Notebook auch mit durchgeführt beispielsweise. Dann die Desktop-Anpassungen. Hier ebenfalls Design-Taskleiste, hoher Kontrast und mehr. All das kann ich alles übernehmen, wenn ich das möchte. Kennwörter, die erleichterte Bedienung, wenn ich denn hier irgendwelche Einstellungen vorgenommen habe, genauso gut die Spracheinstellungen, die Einstellungen der Apps, also bestimmte App-Einstellungen und In-App-Einkäufe kann ich auch übertragen. Das bedeutet, ich mache den Versuch vielleicht hier auf dem Desktop eine App zu installieren, die gefällt mir unter Umständen. Mache dort in dieser App vielleicht auch ein paar zusätzliche Einkäufe, um diese App unter Umständen eben zu erweitern. Werde diese App vielleicht konfigurieren, dass sie ein wenig anders ausschaut. All das ist ja theoretisch möglich. Und dann kann ich genau diese Einstellungen hier ebenfalls übertragen an mein Zweitgerät beispielsweise. Und somit finde ich genau die gleichen Einstellungen eben auf diesem Zweitgerät tatsächlich auch wieder. Dann haben wir den Browser. Einstellungen und Infos wie Verlauf und Favoriten. Ganz wichtig, es nützt mir nichts, wenn ich auf dem Desktop hier zahlreiche Favoriten anlege. Bin dann mit dem Notebook unterwegs und da fällt mir ein, ah, da war ich doch neulich auf einer interessanten Seite und die habe ich mir doch abgespeichert. Aber die liegt ja jetzt hier auf dem Desktop-PC. Da komme ich irgendwie gerade gar nicht ran. Die Adresse fällt mir auch nicht mehr ein. Das kann man verhindern, indem man zum Beispiel eben auch diesen Verlauf oder die Favoriten mit überträgt. Und somit eben die gleichen Bedingungen eben auch auf zum Beispiel dem mobilen Endgerät schaffen kann. Und weitere Windows-Einstellungen. Das heißt, der Explorer wird voreingestellt. Das heißt, die Ansicht des Explorers, die Ordnerstruktur, beispielsweise Maus und mehr. Das sind also diese einzelnen Einstellungen, die man hier auch mit übernehmen kann. Das Mausverhalten, zum Beispiel die Belegung der Tasten auf der Maus, beispielsweise die Abtastrate. All das sind so Dinge, die kann ich ja auch mit übermitteln auf diesem zweiten Gerät. Und die Synchronisation über die getaktete Verbindungen. Das bedeutet also, Einstellung auch beim Roaming über getaktete Verbindungen synchronisieren. Hier bedeutet das Ganze letzten Endes, dass ich ja mit meinem Tablet beispielsweise oder mit dem Notebook über eine Mobilfunkverbindung online gehen könnte. Nicht unbedingt über ein WLAN, aber zum Beispiel über eine Mobilfunkverbindung. Und diese Einstellung soll verhindern, dass wir ein hohes Datenaufkommen haben. Hier können wir also zum Beispiel Roaming anschalten oder ausschalten. Das bedeutet also, gerade in Bezug auf den Besuch im Ausland, da fallen dann Roaminggebühren an, wenn ich dort ins Internet gehe über die Mobilfunkverbindung. Das kann sehr, sehr teuer werden. Hier kann man diesen Haken setzen, damit das eben nicht passiert. Und das hat also jetzt auch nichts unbedingt damit zu tun, dass man im Ausland surft, aber dass zumindest diese Daten, die jetzt hier vorhanden sind, nicht unbedingt zu dieser Zeit eben übertragen werden, wenn ich mich beispielsweise im Ausland befinde. Und damit eben auch nicht, dass erhöhte Datenaufkommen letzten Endes auftritt und dann hohe Kosten entstehen. Und wir haben natürlich die Einstellung über getaktete Verbindungen synchronisieren. Das ist also auch eine Option, die ist jetzt hier eingestellt. Muss man also nicht unbedingt über das WLAN oder über das ganz normale Internetzugangsgerät wie zum Beispiel DSL synchronisieren, sondern man kann das durchaus hier über eine Mobilfunkverbindung, zum Beispiel mit einem Surfstick oder mit einer SIM-Karte, wenn denn so ein Gerät, zum Beispiel ein Notebook, ein Modem schon mit drin hat, das diesen mobilen Zugang ermöglicht, dann kann man also auch das über diese mobile Endverbindung sozusagen lösen. Mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Zum Thema PC-Einstellungen synchronisieren, das ist also eine relativ einfache Geschichte. Wie gesagt, der PC muss halt zunächst einmal freigegeben werden als vertrauenswürdig, damit die Daten tatsächlich zwischen zwei Geräten auch abgeglichen werden können. Wenn wir schon beim Thema Teilen sind, dann können wir natürlich hier die Systemeinstellungen natürlich auch gelten lassen. Aber wir gehen mal zurück auf unsere Startseite und dort haben wir ja zum Beispiel auch die Foto-App und diese Fotos kann ich jetzt hier beispielsweise aufrufen. Das mache ich einfach mal. Dann wird dieser gestartet. Dort habe ich ganz, ganz viele verschiedene Fotos zum Beispiel. Es gibt bereits zahlreiche Fotos, die sich auf SkyDrive befinden. Es gibt welche, die sich in Facebook befinden. Und natürlich gibt es auch welche, die hier auf diesem Desktop-PC auch angelegt wurden. Jetzt können wir hier zum Beispiel schauen in dieser Bild-Bibliothek. Da habe ich null Dateien drin. Deswegen gehe ich einfach mal in eine andere Reihe, nämlich zum Beispiel auf Facebook. Da gibt es ganz viele verschiedene Bilder. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier mein Profil-Picture. Und dieses Bild möchte ich zum Beispiel mal gerne teilen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Bild auszuwählen. Hier, lasse ich mir mal anzeigen. Kann jetzt hier zum Beispiel auch auf die Charms-Leiste gehen. Das heißt hier mit der Maus rechts in diesen unteren Bereich. Dort gibt es dann die Möglichkeit, hier etwas zu teilen. Wenn ich teilen sage, meine ich zum Beispiel, ich möchte gern ein Foto teilen. Und zwar zum Beispiel per Mail. Jetzt kann ich das Ganze per E-Mail teilen, wenn ich mag zum Beispiel. Hier an Medienfokus zum Beispiel. Und kann dort letzten Endes dieses Bild auch versenden. Und zwar Betreff hinzufügen. Stattdessen mit SkyDrive versenden möchte ich gern machen. Also ich möchte das Foto nicht direkt in der E-Mail versenden, sondern zum Beispiel mit SkyDrive. SkyDrive ist ja der Cloud-Speicher. Das heißt der Online-Speicher von dem Unternehmen Microsoft, wo Dateien abgelegt werden können. Das ist eine relativ sichere Methode und mit einer sehr, sehr hohen Verfügbarkeit auch versehen. Das bedeutet also, Microsoft selber gibt an, dass SkyDrive zu über 99 Prozent letzten Endes im Jahr verfügbar ist. Das bedeutet also rund um die Uhr, jeden Tag. Das ist ein relativ sicherer Service. Und wir können das Ganze jetzt zum Beispiel mit SkyDrive versenden an Norbert Schumann, wenn wir das möchten. Und können das Ganze jetzt auch losschicken. Dann wird das Ganze als E-Mail gesendet. So, schauen wir mal. Geht jetzt also hier raus tatsächlich. Das Bild. Und das Ganze ist jetzt hier in SkyDrive bereits angelegt. Wir können auch das Bild jetzt hier verkleinern, zum Beispiel rausgehen und uns verschiedene andere Fotos anzeigen lassen, wenn wir das denn möchten. Nachdem ich jetzt hier beispielsweise rausgegangen bin, kann ich ja hier meine Profilpictures anzeigen lassen. Gehe jetzt einfach mal komplett hier raus, wenn ich mag. Kann ich also auch wechseln zu einer anderen App. Wir gehen jetzt mal hier links hin, in diesem Bereich. Und ich wechsle mal in mein E-Mail-Postfach hier auf dem Windows 8 Computer. Dort habe ich diese E-Mail natürlich nicht erhalten, weil ich sie ja an eine andere Adresse geschickt habe. Und diese andere Adresse, die ist auch geöffnet. Und da schaue ich noch mal rein. Wir haben jetzt hier die Apps. Gehen jetzt links hoch. Und sind jetzt zum Beispiel im Internet Explorer drin. Das heißt, das ist auch die App vom Internet Explorer. Und da sehe ich schon, habe ich eine neue E-Mail erhalten. Schauen wir mal rein. Und da gibt es tatsächlich eine E-Mail von Norbert Schumann, nämlich von mir. Und das ist dieses Bild tatsächlich auch enthalten. Jetzt kann ich, wenn ich mag, zum Beispiel diesen neuen Ordner auf SkyDrive anzeigen lassen. Da gehe ich mal hin. Ich werde jetzt also diesen neuen Ordner auf SkyDrive anzeigen lassen. Und kann, wenn ich den möchte, zum Beispiel auch dann diesen Ordner umbenennen. Jetzt habe ich ja, der Ordner, der hat ja so eine komische kryptische Nummer hier oben. Wenn man das sieht, wir haben jetzt den neuen Ordner. Gehen wir auf Bilder. Da haben wir diesen neuen Ordner drin. Und diesen neuen Ordner. Jetzt kann ich, wenn ich mag, zum Beispiel per Rechtsklick den ganzen Ordner umbenennen. Und zwar in einen Ordnernamen, den auch andere verstehen. Zum Beispiel, ja, Bildertausch. Dort kommen dann alle zukünftigen Bilder rein. Die werden alle hier abgelegt. Wenn ich jetzt also das nächste Bild ablegen möchte, kann ich es auch wieder hier versenden. Wir gehen wieder zurück auf unsere App hier vorn. Nämlich hier hin, auf die Startseite. Gehen zurück zu Fotos. Werden jetzt mal irgendein anderes Foto auswählen. Wir sind auch auf Facebook drin. Können auch direkt in SkyDrive reingehen. Werden jetzt mal Final sagen. Und dieses Bild hier nehmen von meiner kleinen. Und jetzt gehe ich mal wieder rechts auf die Charms-Leste rauf. Kann ich auch einblenden mit der Windows- und C-Taste. Gehe auf Teilen. Und sage zum Beispiel, ich möchte das Ganze auf SkyDrive teilen. Oder per E-Mail. So, gehen wir raus. Nochmal zurückgehen. Teilen per E-Mail. Wollen jetzt eine E-Mail-Adresse angeben. Zum Beispiel den Medienfuchs wiederum. Zack, da ist er schon. Und ich möchte das Ganze, ja, im Grunde direkt teilen mit dieser Person. Und schicke jetzt mal den Link los. E-Mail wird gesendet. Dann bekomme ich also gleich wiederum eine E-Mail. Kann jetzt auch wieder hier rausgehen. Gehe jetzt links in diesen Bereich rein. Und schaue nochmal in mein E-Mail-Postfach. Nämlich hier oben rein. Bin ja dann hier auch in den Tabs drin. Gehe nochmal in mein Postfach rein. Und habe jetzt zum Beispiel den Ordner unbekannt. Jetzt kann ich ja, wenn ich möchte, auch diesen Ordner ungelesen noch einmal synchronisieren. Und tatsächlich bekomme ich nochmal ein neues Foto. Jetzt ist dieses Foto aber hier drin. Weil dieses Foto direkt geteilt werden kann. Es ist ja direkt in SkyDrive schon abgelegt worden. Und deswegen macht es den Unterschied, dass ich jetzt hier letzten Endes, naja, nicht dieses eine Foto hier zum Beispiel nur anschauen kann. In diesem speziellen Ordner. Wir sehen jetzt auch das Foto selber. Auch zusätzliche Daten zum Beispiel von diesem Ordner. Aber das ist im Grunde hier die SkyDrive-Ansicht für die Bildershow. Das möchte ich nicht. Ich gehe nochmal zurück auf Fotos. Jetzt bin ich ja in diesem Foto-Ordner drin. Wir sind ja in diesem SkyDrive-Ordner. Aber das betrifft ja nur den Versand der SkyDrive-Dateien. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein anderes Bild versenden möchte, da gehen wir nochmal hier hin. Wir haben Mobile Uploads. Gehen wir mal dieses Bild, schauen wir uns mal an. Das sind meine zwei süßen zu Hause. Drücke jetzt die Windows- und C-Taste, bin ich in der Charme-Source drin. Sagt erneut Teilen per E-Mail. Und kann dann zum Beispiel meine E-Mail-Adresse angeben. So, da sollte man schon richtig machen. Zack, dann habe ich also schon mal den Empfänger eingegeben. Und stattdessen mit SkyDrive senden. Und versende das Ganze jetzt. Dann wird also auch dieses Foto über das Internet jetzt an denjenigen versandt. Und jetzt schauen wir gleich nochmal rein, was ja interessant ist, ob dieses Foto tatsächlich in diesen neuen Ordner auch landet. Werden wir gleich nochmal überprüfen, nachdem das übersandt wurde. Okay. Können jetzt also auch wieder zurückgehen. Ich gehe jetzt wieder links in diesen Bereich rein. Schiebe meine Maus nach oben, um zu meinem E-Mail-Postfach zu gelangen. Hier oben über den SkyDrive-App. Jetzt denke ich ja immer, wo sind denn diese ganzen Tabs denn? Also, rechter Mausklick oben rauf. Und dann bin ich praktisch in diesen Tabs drin. Das kann ich schließen, wenn ich mag. Das könnte ich auch schließen. Aber ich gehe jetzt mal hier rauf. Bin ja jetzt in diesen Ordner drin. Dateien. Habe jetzt hier Bilder. Und bei Bilder habe ich nochmal einen neuen Ordner. Und dieser neue Ordner hat letzten Endes auch wieder eine Zahl. Jetzt möchte ich diese Datei unter Umständen verschieben. Könnte ich zum Beispiel machen. Verschiebe nach. Wer hat jetzt hier meinen SkyDrive-Ordner angezeigt lassen. Wir haben jetzt hier Bilder. Und ich möchte das Ganze in Bildertausch reinschieben. So, noch einmal. Rechter Mausklick auf die Datei. Verschiebe nach. Dann wird diese Ordnerstruktur eingeblendet. Nach Bilder. Und zwar im Bildertausch. Dort soll dieses Foto reingeschoben werden. Dann wird dieses Foto auch tatsächlich dorthin verschoben. Dann gehen wir nochmal rein. Sind jetzt in diesem Bildertausch drin. Jetzt sind tatsächlich beide Bilder hier drin. Das könnte also ein Ordner sein, den ich auch freigegeben habe. für andere Nutzer. Das hat also wirklich auch damit zu tun, dass wir Dateien letzten Endes über den PC und über den Cloud-Service tauschen können. Ich kann jede x-beliebige E-Mail-Adresse eingeben als Empfänger. Kann festlegen, ob das Foto direkt in dieser E-Mail enthalten sein soll. Oder ob dieses Foto in SkyDrive abgelegt wird. Wenn das Foto in SkyDrive abgelegt wird, wird für jedes einzelne Foto, das ich sende, eine eigene Nummer vergeben. Ein eigener Ordner angelegt. Das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft jetzt in dem Moment. Aber ich habe ja jederzeit die Möglichkeit, über die Struktur hier oben auch Ordner zu löschen oder eben Bilder auszuwählen und diese hier nachträglich zu verschieben. Und selbst bei diesem Bild könnte ich sagen, ich möchte das Ganze gerne umbenennen, weil das hat ja so eine kryptische Nummer. Und nenne das Ganze einfach mal Feli und Tamara zum Beispiel. Dann weiß ich also, das ist Feli und Tamara. Kann ich reinschauen. Und dann sehe ich hier das Ganze in einer Art Bildergalerie auf SkyDrive. Jetzt könnte ich jemanden markieren, also meine Kitties hier zum Beispiel, kann auch den Ordner anzeigen und habe natürlich auch zum Beispiel weitere Informationen zu dem Foto. Wenn ich jetzt als Empfänger zum Beispiel auf dieses Foto gelange, habe ich wiederum die Möglichkeit, etwas zu teilen. Und zwar von dem Bildertausch über den E-Mail gesendeten Link. Und ich könnte das jetzt teilen, zum Beispiel wiederum an eine E-Mail-Adresse. Ich kann es bereitstellen auf Facebook zum Beispiel. Oder ich kann den Link abrufen. Dann habe ich also eine Link-Datei mit dem absoluten Link zu diesem Bild und kann es dann wiederum jemand anderem senden, wenn ich das dann möchte. All das ist möglich, wenn ich das denn hier auch so handhaben möchte. Wir sind nicht daran gebunden, letzten Endes die Dateien auch auf SkyDrive zu lassen. Beziehungsweise haben wir jederzeit die Möglichkeit, hier auch wiederum zurückzugehen. Das ist zum Beispiel hier mein SkyDrive. Wir haben ja hier den Ordner Bilder zum Beispiel. Und wenn ich mag, kann ich hier auch etwas erstellen. Und zwar einen neuen Ordner zum Beispiel. Das Schöne ist, ich kann diesen neuen Ordner erstellen und benennen, so wie ich das möchte. Nämlich mit, ja, nichts zum Beispiel kann ich ja so benennen. Da muss auch nichts drin sein, letzten Endes. Diesen Ordner, der ist jetzt hier leer, kann ich markieren und zum Beispiel auch verwalten. Also verwalten im Sinne von, ich möchte das Ganze umbenennen, ich möchte den Ordner löschen. Dann lösche ich diesen Ordner. Dann ist er halt weg, letzten Endes. Hier das Fenster kann ich auch schließen. Die Möglichkeiten hier in SkyDrive etwas zu verwalten und zu teilen ist relativ groß. Wie gesagt, wir sind ja beim Thema Verwalten von Dingen. Wir haben jetzt hier die Dateien. Wir haben zuletzt die Dinge, die wir eben zuletzt aufgerufen haben zum Beispiel. Wir haben geteilte Inhalte, die können wir uns auch anzeigen lassen zum Beispiel. Wir haben Gruppen, die wir auch erstellen können, mit denen wir auch kommunizieren können. Das ist also SkyDrive an sich, der Tile-Service oder Cloud-Service von Microsoft, über den wir wirklich große Dateien beispielsweise abgleichen können. Und wir haben zum Beispiel PCs, SkyDrive für Windows herunterladen. Ganz wichtig ist also eine Anwendung, die man hier tatsächlich installieren kann, wenn man das so mag. Und ich habe den Medienfuchs-PC. Das ist also jetzt direkt mein PC, auf dem ich jetzt hier unterwegs bin. Und da schauen wir mal, was da jetzt für Dateien zustande kommt. Die werden jetzt auch abgerufen beispielsweise. Wir haben hier unten noch die Möglichkeit, den Papierkorb anzuschauen. Wir können Speicher verwalten, wenn wir möchten. Und zum Beispiel eine SkyDrive-App anfordern für die verschiedenen Betriebssysteme beispielsweise. Ja, hier zeigt das gerade nichts an. Also, wenn ich mal auf Speicher verwalten gehe, dann sehe ich also, was meine Dateien verbrauchen. Meine Dateien verbrauchen gerade mal 1 GB. Ich habe einen verfügbaren Speicher noch von 23,9 GB kostenlos. Besitze ich 25 GB. Jeder, der sich neu auf SkyDrive anmeldet, bekommt im Grunde auch ein paar GB. Aber jetzt, ich glaube, 7 oder 8 sind es derzeit, geschenkt. Ja, da bezahlt man keine monatliche Gebühr für. Die gibt es kostenfrei. Und in der Größe kann man also zahlreiche Dateien auf diesen Service hochladen. Jetzt sind wir ja in Windows 8 drin. Deswegen drücke ich nochmal die Start-Taste. Und hier haben wir eine App. Diese App heißt auch SkyDrive. Das ist das Schöne. Ich kann zum Beispiel aus beiden PCs, die ich hier habe, Dinge asynchronisieren, dass sie erstmal gleich aussehen. Das bedeutet also, diese SkyDrive-App würde nachher auch hier an der gleichen Stelle stehen, genauso aussehen. Und wenn ich da hochgehe, bin ich direkt in SkyDrive drin. Das ist der SkyDrive von Norbert, also von mir sozusagen. Da gibt es 32 Elemente. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus als die Webseite. Aber wir sehen schon, was jetzt hier passiert. Wir haben das Wolken-Symbol. Das ist nicht umsonst da. Wir sind ja in einem Cloud-Service drin. Cloud bedeutet Wolke. Und dieser Service spielt sich praktisch virtuell in einem virtuellen Raum ab, jenseits von unserem eigentlichen Wohnort, nämlich auf irgendeinem Server in der Welt sozusagen. Das kann also direkt um die Ecke sein. Das kann auch sein, dass es in einem benachbarten Land liegt oder zum Beispiel auf einem ganz anderen Kontinent in der Welt. Und dieser Service ist letzten Endes von überall aus auch zu erreichen, solange man also einen Internetzugang hat. Die SkyDrive-App in Windows 8 ist letzten Endes die Verwaltung der SkyDrive-Verordner. All das, was ich dort abgelegt habe, wird sich jetzt hier auch widerspiegeln. Ich kann genauso gut hier meine Dateien aufrufen, synchronisieren, wenn ich das mag, und natürlich eben auch Dinge hinzufügen bzw. löschen. Hier sieht man schon, was passiert. Wir haben zum Beispiel drei Eingabegeräte. Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt meinen Desktop-PC sowie diesen hier, auf dem ich ja gerade aufnehme. Dann habe ich ein Mobiltelefon, ein Smartphone, zum Beispiel auch ein Windows-Phone. Dann habe ich tatsächlich auch hier zu liegen und kann natürlich über beide Geräte die Dateien auch austauschen. Also alles auf SkyDrive hochladen und ich kann das mit jedem x-beliebigen Gerät hier auch abrufen. Oder zum Beispiel ein Notebook. Und es spielt letzten Endes auch keine Rolle, ob es ein Mac ist zum Beispiel, ob es ein Android-Gerät ist oder zum Beispiel auch ein Linux-Gerät. Und solange wir Internetseiten aufrufen können, können wir auch auf SkyDrive zugreifen und natürlich diese Dateien A uns anschauen und B natürlich auch verwalten. Schauen wir mal rein. Hier sind also meine gesamten Ordner. Hier ist auch wieder mein Bilderordner. Wir haben jetzt hier relativ große Kacheln. Ich gucke jetzt mal, ob es hier bestimmte Einstellungen gibt. Nämlich mit der rechten Maustaste klicke ich jetzt mal diesen unteren Bereich und dort habe ich auch gleich wiederum verschiedene Optionen. Zum Beispiel kann ich die Ansicht aktualisieren. Es kann ja passieren, dass zwischenzeitlich einfach mal verschiedene Dateien hinzukommen und diese Dateien werden jetzt hier in dieser Ansicht vielleicht auch gar nicht angezeigt. Dann kann ich also hier zum Beispiel diese Seite auch aktualisieren mit der aktuellen Ordneransicht. Wir können hier neue Ordner erstellen, wenn wir es möchten. Wir können aber auch direkt hingehen und sagen, wir möchten etwas hochladen. Machen wir einfach mal. Wir sind jetzt hier im Ordner Dokumente zum Beispiel. Dort können wir also nach oben gehen. Gehen wir hin. In Bilder möchte ich reingehen. Und da sind jetzt keine Dateien und Ordner vorhanden. Wir haben ja auch Bilder, Dokumente, Musik und Videos zum Beispiel. Das sind so vier Grundordner. Ich kann noch höher gehen. Da bin ich also praktisch hier auch schon drin. In die Bibliotheken, Heimnitzgruppe, Norbert Schumann, Computer. Gehen wir in die Bibliotheken rein. Bilder. Da sind jetzt keine Bilder drin. Gut, dann schauen wir mal bei Dokumente. Musik, Videos. Haben wir Musikstücken auch nicht. Ist ja gar nichts hier drauf auf dem Windows 8 Rechner. Das ist ja schrecklich. Dann nehmen wir mal das zum Beispiel. Ist ja auch egal. Das ist also die Datei. Das ist so eine Art Ordnerstruktur. wie der Explorer in Windows. Damit wir also wissen, was der Explorer ist, gehe ich nochmal schnell in der Ansicht rum. Ich werde jetzt also nochmal hingehen, um zum Beispiel den Explorer auch anzuzeigen. Klack. Klicke ich mal hin. Und der Explorer ist ja so eine Ordnerstruktur. Ja, in der Ordnerstruktur, das ist genau das, was wir gerade gesehen haben, können wir praktisch nach unten gehen, auf bestimmte Konten, zum Beispiel hier. Ja, fortsetzen möchte ich natürlich, aber eben auch nach oben gehen. Hier haben wir es. Bilder, Dokumente, Musik und Videos. Das sind also diese vier Ordner, letzten Endes, die mir gerade in SkyDrive angezeigt wurden. Und aus diesen Ordnern kann ich jetzt Bilder hochladen. Also die SkyDrive App greift auf diese Ordner zunächst einmal zu. Wenn ich aber mag, kann ich natürlich auch in jeden anderen x-beliebigen Ordner wechseln. Gut, soweit also, hoffentlich auch verstanden. Wir gehen jetzt nochmal links hin, in diese SkyDrive App zum Beispiel und werden jetzt also eine Datei auswählen und die hochladen. Jetzt habe ich zum Beispiel so ein PDF-Dokument, kann mir das also nochmal anzeigen lassen. Das liegt jetzt bei mir auf dem Desktop zum Beispiel. Sieht man auch den Pfad hier unten in der Datei. Ja, und den kann ich jetzt praktisch in dem SkyDrive hinzufügen. Jetzt wird also diese ganze Datei auch hochgeladen. Hier habe ich auch nochmal verschiedene Bilder-Dateien und gehe jetzt mal auf Aktualisieren. Und dann schaue ich mal, ob das Ganze schon hier oben ist irgendwo. Wir haben ein Text-Dokument unterwegs und tatsächlich hier von unterwegs wird jetzt hier auch nochmal eine Datei hier auch hochgeladen. Nämlich das Einführung in das Marketing-Konzept beispielsweise. Das sind also hier die Möglichkeiten, direkt auch Dokumente hochzuladen. Wir haben Details, die können wir uns anschauen lassen. Also Details mit den Ordnern, wie viele Bilder sind hier drin, zum Beispiel wie heißt eine Datei, wie groß ist diese, wann wurde diese hochgeladen. Also diese einzelnen Dateienformationen. Und wir können natürlich auch alles auswählen und irgendwas damit machen, nämlich zum Beispiel löschen, wenn wir das möchten. Das möchte ich aber nicht. Wir haben, wie gesagt, auch Miniaturansichten, die können wir einschalten. Das heißt also, das sind diese Miniaturansichten. Hier klicke ich mal rechts hoch und kann zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze auch verwalten. Umbinden, löschen und verschieben wäre also die Option zum Beispiel für diesen Ordner. Möchte ich aber nicht tun. Ich gehe jetzt mal in diesen Ordner rein. DVD-Fotos zum Beispiel. Da habe ich ganz viele Bilder von Ausflügen zum Beispiel. Gemischt habe ich hier Bilder drin. Die kann ich mir alle anzeigen lassen, wenn ich das mag. Das sind zum Beispiel Fotos hier aus Berlin. Die habe ich auch irgendwann mal gemacht. Zum Beispiel wäre ich auch aus Irland, wo ich mal war in Urlaub. Alle möglichen Fotos sind jetzt hier drin. Und hier kann ich natürlich auch per Kontextmenü, ich klicke jetzt nochmal unten mit der rechten Maustaste hin, sagen, ich möchte hier ebenfalls in diesem Ordner DVD-Fotos einen neuen Ordner erstellen. Ich möchte Dinge hier hochladen zum Beispiel oder auch Details einblenden lassen zu den einzelnen Bildern. Hier kann ich, wie gesagt, umschalten zwischen Details und Miniaturansichten. Das ist also möglich. Wenn ich hier oben mit der rechten Maustaste hin klicke, passt hier gar nichts. Also nur hier unten das Kontextmenü. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Bild wiederum klicke, erscheinen zusätzliche Einträge hier unten. Das ist also die Möglichkeit, hier direkt in SkyDrive mit der SkyDrive-App etwas eben zu verändern. Jetzt kann ich sagen, öffne mit, gehen wir mal hin, werden jetzt mal schauen. Gibt es also zum Beispiel eine Anwendung. Jetzt kann ich zum Beispiel Fotos weiterhin verwenden. Ich kann die Windows-Fotoanzeige aufrufen und ich gehe jetzt mal hin und schaue mir das Ganze in meiner Miniaturansicht, sagen wir mal an, in dieser Fotoansicht. Ich kann jetzt hier auch praktisch wiederum hingehen und das Ganze vergrößern oder eben auch verkleinern und bin jetzt praktisch hier in dieser Menüführung drin. Per rechten Mausklick kann ich hier unten auch sagen, ich möchte das Bild drehen oder festlegen als, wenn ich den mag, zum Beispiel Sperrbildschirm, als App-Kachel oder als App-Hintergrund zum Beispiel. Das wären also auch verschiedene Möglichkeiten hier, nochmal Einfluss auf die Darstellung von den Apps beziehungsweise von der Darstellung der Benutzeranmeldung hier zu nehmen. Wenn ich zurückgehe, bin ich hier wieder in meiner ganz normalen Bilderbrowser drin, also in der App für die Bilder und hier kann ich natürlich auch wieder vorangehen, wenn ich das hier mag. Gehen wir mal auf die Startseite zurück, sind wir hier wieder drin. SkyDrive kann ich erneut aufrufen, bin ich also hier direkt nochmal in meiner App drin. Das sind also diese Einstellmöglichkeiten, die ich hier habe. Jederzeit, wenn ich möchte, SkyDrive von Norbert, zuletzt verwendete Dokumente geteilt, kann ich also auch hier wechseln. Wir haben hier ein kleines Auswahlfeld und wenn ich möchte, kann ich aber auch zurückgehen und zum Beispiel hier die Fotos beziehungsweise diese ganzen Archive mir jetzt hier im Einzelnen anzeigen lassen. Das ist wie gesagt analog dazu, zu diesem Online-Service. Hier eben in Windows 8 als App angelegt und dient auch dazu, Dateien A sicher zu verstauen im Internet. und B natürlich auch Dinge zu teilen mit anderen und natürlich auch mit anderen PCs beispielsweise, die ich immer wieder mal benutzen möchte. Das ist also alles, was Windows 8 hier uns zunächst einmal zur Verfügung stellt, um Dinge zu synchronisieren, also unsere Einstellungen, das Erscheinungsbild von Windows beispielsweise und natürlich eben auch die Fotos und all diese Dinge, die ich hier gerne synchronisieren möchte. Dasselbe funktioniert im Übrigen auch mit den Karten. Auch die kann ich natürlich teilen. Gehen wir mal hin, haben jetzt irgendwo so eine Karte, das ist mein Standort und über die Windows Charms Leiste, also ich drücke die Windows Taste und C auf meine Tastatur, kann ich auch hier sagen, ich möchte diesen Kartenausschnitt teilen. Sage ich per Mail und kann es hier in meinen Empfänger eingeben, zum Beispiel den Medienfuchs. So, bin jetzt hier drin und kann sagen, okay, möchte ich eine Nachricht anfügen, das Bild senden und kann natürlich auch die Bing-Karten anzeigen. Und wenn ich natürlich Windows 8 habe, öffnen Sie diese Ansicht in Karten. Auch sehr toll. Wenn ich also zwei Windows 8 Rechner habe, bin ich natürlich in der Möglichkeit, hier nicht beschränkt die Karte letzten Endes nur anzeigen zu lassen in diesem System, sondern ich kann es mir tatsächlich auch in der Karten-App anzeigen lassen. Ein bisschen mehr zur Karten-App, was diese kann, was diese ermöglicht, das werden wir in einem extra Training nochmal anschauen. Aber so für den Anfang, sei das mal genug gesagt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier Dinge zu teilen und das ist also das A und O, dass wir auch wirklich überall auf unsere wichtigen Dateien zugreifen können.